Hallo liebe YouTube Zuschauer, willkommen bei Elektrotechnik einfach erklärt. Heute machen wir das Verlosungsvideo zum 5000 Abonnenten Gewinnspiel. Beim 5000 Abonnenten Video habe ich euch ja darum gebeten mir mal unten in die Kommentare reinzuschreiben, welche Video Vorschläge und Wünsche ihr denn für die neue Elektronik Videoserie habt. Und die zwei häufigsten genannten Punkte waren eigentlich einerseits Dioden, da ist das erste Video auch schon online, das nächste kommt dann in zwei Wochen und es wird auch noch weitere geben und der häufigst genannte Video Vorschlag waren Transistoren. Auch da wird es einige Videos dazu geben, dann die typischen Erklärvideos, wie funktionieren Transistoren etc. Anwendungsgebiete, so wie ihr es auch schon kennt. Also vielen Dank für die rege Teilnahme und für die ganzen Kommentare, dann rede ich jetzt nicht mehr lange hier rum, sondern wir gehen direkt zum altbewährten Tool, dem Random Comment Picker und ich wähle den Gewinner bzw. verlose den Gewinner hier für ein Exemplar vom Rundlagenbuch von Gerd Hagmann. Das ist so mit das bekannteste Elektrotechnik-Buch im deutschsprachigen Raum. Auch wieder keine Werbung, wie gesagt, ich finde das Buch selber gut. Das Buch wurde vom Aula Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt. So und da sind wir bei unserem Tool Random Comment Picker. Wie immer hier kurz der Nachweis, dass tatsächlich auch ja knapp vier Wochen jetzt vergangen sind. Heute ist Freitag, am Sonntag wird das Video dann veröffentlicht. Da sind dann vier Wochen rum. Fragt mich jetzt nicht, warum mir hier vorgeschlagen wird, wie man eine fitte Mama wird. Das überspringen wir mal. So, dann hier der Random Comment Picker. Ich füge hier die URL ein vom 5000 Abonnenten Video, klicke auf Load Comments, dann wird das Video hier geladen und jetzt machen wir die Verlosung. Ich klicke auf Pick the Winner und das ist Vetrix. Vetrix ist ziemlich aktiv am Kommentieren immer. Vetrix, dann hast du jetzt hier das Buch gewonnen. Sehr gut. Danke für deine Kommentare auch immer und schick mir am besten eine E-Mail, die werde ich unter das Video verlinken, die E-Mail-Adresse und dann bekommst du das Buch zugeschickt. An alle anderen, es wird natürlich auch wieder weitere Gewinnspiele geben. Einfach dabei bleiben und ja, ich freue mich dann auf das nächste Abo-Spezial. Kommendes Video wird es dann, wie gesagt, mit Teil 2 zu Dioden weitergehen. Die Diode im Stromkreis, das kommt dann wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.